Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Ich weiß nicht, was das soll, ich denk mir nur, da gibt es alles gratis wohl. Heute gibt's aufs Bier eine Super-Aktion, 30 Prozent, so zahlt es davon. Sie fühlt ihre Wahl an das Frühlandetil, ich schau mal nach Kassel, ich zum Kleinkam schon steht. Komm, so stopp, kluck jetzt wieder hinein, kann ich ruhig in das Kaut-O-D-E-V-O-B-O-S-E-N. Das ist dein Backel-O-Fall. Jawohl, wir fahren über die Backel-O-Fall. Hängen Sie sofort das gesamte Backel-Theron, stecken Sie es in den Plastiksack. Jawohl, du wollen den Plastiksack. Du, 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 hol den Plastiksack. Du holst den Plastiksack. Halt, hast du gerade vergessen, Plastiksack. Du musst doch mal das Geld transportieren. Keine Bahn, meine Herren, keine Bahn. Erstmal darf ich sie im Namen der Backel-O-Fall. Und er geht aussie bei der Tür, steht noch am Stirn und schaut Stier, schaut ins Gebirg und um und um, guckt auf die Bahn, guckt in die Sonne, peigt den Kopf und dreht sie um und noch einmal guckt in die Sonne. Die Bayern, in der Sturm drin, hat nur die Strickerei im Sinn. Du, Olle, sagt so jedermau, die Wahl am Tischhaft. Was meinst du denn, die Wahl? Das ist ein hartes Sachen. Von wem soll ich meine Kreuzerl machen? Gebauer, was soll ich denn zählen? Das schon wissen, wenn du es willst. Der Mädchen, der ist meistens schlecht. Kommt mal! Was ist denn, was ist denn, was ist denn, was ist denn hier? Was ist denn, 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 was ist denn? Oh, da ist nicht viel. Da ist nicht viel. Oh, gut, gut. Grotendorf kamst du weit. Ja? Ja? Ja. Und die Worte von der Zaterch-River war sehr hoch. Und ja, die Müllbratenfest war nur auf einmal. Ein Quäkki, wie man sich sagen würde. Aber warum nur ein Tag? Ja, die Farmers haben sich gedacht, sie haben gesagt, wenn sie mit einem early Shoppen an den Vormittag und elf Wochen beginnen, dann ist die Fest gleich lang wie sonst, und auch der Umsatz. Und der Vorteil, dass die Wahrscheinlichkeit, die Probabilität, die Probabilität, dass es auf jeden Tag dauert, ist halb so groß, als wenn es zwei Tage dauert. In unserem Land das neue Bankhaus steht, weil die Banken es gewohnt sind, dass sich alles um sie dreht. Auch die Feistrittsbahn, die freuen es, weil man ohnehin nicht weiß, geht es überhaupt noch weiter, fährt man lieber da, im Kreis. Keine Ampel, die sie aufhält, und auch keine Rutschgefahr, nur die Zufahrt zu den Kreisen war am Anfang nicht ganz klar. Doch jetzt gibt's beim Eins kein Halten, denn man löste das sehr klug, fährt durchs Schlafzimmer, so wird aus Fummel halt ein Fummelzug. Auch der Panger ist zufrieden, ja, er tut begeistert mit, und er macht auch selbst die Werbung mit dem wunderschönen Lied. Von Pils nur ein, nur herein, grüßt die Jungs, die groß und klein, Pagone, Mülle, neu lackiert, Dampf und frisch gespielt. Eine Fahrt, eine Tour kostet einen Euro nur, eine Reise voller Spaß ohne Reisepass. Jeder sitzt im Bunkerpack, vorwärts gehen fast auf. Schön ist so ein Gräßverkehr, oh, dieser Hetz und Fasselkehr, da geht auch der kleine Land, sich eine freie Leise kann. Immer wieder vorwärts, und da hat sich Gott an die Ecke weg. Man kann sagen, es ist sehr schön, ist so ein Gräßverkehr. Hochpartal, jedes Mal, welcher Monat ist es egal, immer stecken's an der Dir eine Zahlscheine. Ob des März, ob Paulus, die jedes Mal bezahlen muss, ob Gemeinde oder Staat, morgens minus Bahn, holen wir heutens noch ein Auge, auch bei Dir die Augen. Schön ist so mein Gräßverkehr, oh, dieser Hetz und Fasselkehr, da geht auch der kleine Land. Hochpartal, Hochpartal, Hochpartal! Hochbring Sue bill